hallo leute hier ist wieder lexi eine lange zeit kann man wieder weiter aufnehmen mit super moment 5 ja beim letzten mal haben wir hier in der neuen welt aufgehört ich bin erst mal alleine oder auch nicht wieder vorsicht explodiert ziemlich groß macht die pumpenstärke maximal ist richtig praktisch geht auf den weg mensch dass mir jetzt nicht dass meine nächsten will sein das heißt wir müssen dann später noch mal in die erste zurück wechseln na gut bis wir das nächste mal game over gehen dass man absolut nicht ich bin froh dass wir den hund erledigt haben die musik klingt also wie man dem takt auf sobald ähnchen rum latschen würde gott was kommt diese fischer die haben magnete am kopf aber was kommt ich glaube schon ja ich erinnere mich aber nicht mehr daran was die konnten vorsicht dynamitsprengung fuck das können sich anziehen aber die bomben nicht so schade ich mag die statuen irgendwie keine ahnung wieso gesichtig mäßig was gehst du mal drauf ja das wäre praktisch so mehr oder weniger bombenkicken wie schade dass du nicht mehr da bist dann hältst du das item kriegen können ab und zu links oder rechts deine anweisung hält irgendwo land wo scheiße ist dann ich mag die gegner aber nicht siehst du wirst du wahrscheinlich relativ bald merken wir haben so einen blöden angriff der wo sie einen ganzen bereich um sich herum treffen ja ok jetzt konnten sie nicht angreifen aber so große sprengung und was auch immer diese teile bringen keine ahnung was das sein soll ach die machen mich wieder langsamer klotz am bein nein ja keine sorge ich geh schon irgendwann drauf sag ich doch ja mit verletzt sich die musik gefallen ja spätestens wenn ich irgendwann bei dem boss rauskomme verrecklich also ich hoffe dass sich die ganze folge jetzt so ich muss ja sagen wie schnell wie schnell explodieren dem seine bomben nein die die explodieren doch viel schneller ja der container so jetzt sind wir wieder hier ja ja mal an die leute die dieses video anschein ich hätte mal eine frage und zwar wenn man so einen level geschafft hat hat diese anzahl oder die anordnung oder vielleicht auch beides der teleporter irgendwas damit zu tun wie man sich auf der karte hier bewegt hast du gerade was gedrückt also links ja ich war bloß gerade verwirrt dass wieder mein laptop ist ja also falls es jemand weiß bitte mal an die kommentare schreiben so jetzt haben wir ja die erste welt noch mal habe ich die komplett haben will müssen wir später nicht wieder doch alles durchgehen weil ich glaube das könnte kompliziert werden oh ja wir sind langsam und ja natürlich durch den gegner wieder nicht nicht ja wir sind die das gegenstand auch mal holen würdest wird das schon sagst das ist empfehlenswert daher geht der gegner hängen fest ich werde von hey weißt du was mir gerade fällt das sind propeller manschke die zusammenhang muss jetzt niemand verstehen eine schreckliche vergangenheit liegt eben zugrunde von füll fürs leben was gut so jetzt kommen wir schnell wieder zum pflanzen level mit diesen blöden rittern oder na gott sei dank nicht weiß nicht mehr die zwei die goldenen ritter mit der lanze die dich nicht zu zweit naja die bombenfresser da könnten wir probleme kriegen mit denen weil die ich habe nichts gesagt ja nee wenn nur bloß eine bombe um eine bombe legen kann die fressen bomben ja genau das meine ich habe mal die bomben gefressen neeh schon wieder von timing hältst du nicht viel oder ach 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 was machst du denn toterann spielen wieso ey die die frames die frame anzeige ist genau über naja ok man kann noch mehr oder weniger kennen ob wie viel leben wir haben Du musst die Bomben ein bisschen in Entfernung legen, damit der sie nicht gleich fressen kann. Ah, ja, so in der Art. So Pac-Man-Style, Leute. Wieso ist hier nur einer? Weil vielleicht der andere noch irgendwie verdeckt ist. Ich hoffe es mal. Ich habe keine Lust, einen schwarzen Teleporter zu nehmen. Ich weiß nicht, ob der wirklich schwarze ist. Oder lila, mir wurscht. Ich kann immer noch nur eine Bombe legen. Jetzt ist es dieselbe Situation wie beim letzten Mal nur andersrum. Ja, können wir. Armes Putt, Putt. Ja, wenn wir jetzt auf den Hund treffen, sind wir ziemlich am Arsch. Okay. Hundi, wir kommen. Nein. Ah, ich erinnere mich an diesen Level. Ich mich nicht. Das war der Level, wo ich dir angedeutet habe, dass wir nicht auf den Hund treffen wollen. Ah, ja. Und wo ich gesagt habe, dass ich die Sekunde... Stimmt eigentlich. Wie beim letzten Mal. Die Münzen, dieses Mal gehören sie mir. Nein. Fail. Ja. Fail, tu. Ja. Ja. Wieso hast du den Rollstuhl kaputt gemacht? Nicht den Rollstuhl. Natürlich kriegt der wieder. Ja, aber ich hole das Leben. Oh. Irgendwer muss das ja tun. Das ist Bombenfressen der Monster. Hm. Ja, das darfst du machen. Warum nicht? Weil du zwei Bomben legen kannst. Und jetzt? Wie macht man das, dass man die doppeltötet? Dass man die was? Dass man da die... Scheiße. Du legst eine Bombe, um das Viech anzulocken, und eine andere legst du in ein bisschen Entfernung, damit das Viech mit einem gewissen Timing getroffen werden kann. Damit die zweite Bombe halt nicht fressen kann. Aha, aha. Du hast es nicht verstanden. Ich habe es so gefürchtet. Ähm. Na, warte, lass mich überlegen. Ich muss das jetzt halt voll, ähm... Ja, ich hör dir zu. Ich bin voll konzentriert. Guck, so mache ich das. Ha, falsch. Mhm. Auch falsch. Hey, er hat's kapiert. Wow. Ähm. Ich will den, der wo am meisten flimmert. Das sieht man im Video dann später gar nicht, ne? Was? Dass die Teile so, äh, flimmern. Ja, aber ich will den, der wo am meisten flimmert, wenn man das so sieht. Okay. Na, mal sehen, ob man es im Video später sieht. Es könnte nämlich sogar sein, dass man die Teleporter im Video dann später gar nicht sieht. Ist doch auch cool. Ja, natürlich. Wir gehen ins Nichts und freuen uns. Das ist doch immer so ein Spaß, wenn wir das sein müssen. Irgendwer muss es doch machen. Wenn du irgend so ein Gegenstand findest, mit dem man mir Bomben legen kann, bitte sag mir Bescheid. Das nervt langsam. Mach ich. Oder ist ein Obst, ich hab ihn in die Luft gesprungen. Es tut mir leid. Mein Gott. Das war keine Absicht damals. Ah! Ah, hat sich doch nicht erwischt. Ah! Äh, du bist ein Penner. Da ist ein, da, da. Komm, leck mich doch. Ah. Schockmomente bei Bomberman. Äh, ich hab's ja überhaupt nicht gemerkt, was du meint hast und halt, oh, da ist eine Bombe. Ne, ne, ich will dich absichtlich in die Luft springen. Damit sabotierst du, äh, das ganze Spiel. Äh, was mach ich denn hier? Ich selbst umbringen versuchen. Wie gesagt, dass du im, äh, bei der letzten Aufnahme Suicide. Suicide? Ja, tut mir leid, sieh, die alten Witze wieder aufgreife, die Aufnahme ist so. Was machst du denn? Bomben nehmen, wie so? Du kommst noch nicht mal her. Klar doch, da oben. Ah. Oh. Ja, ja. Oh. Kenne ich. Tut mir leid. Ja, ich habs dir ab. Also, ah. Ah, das ist dafür, dass du haben. Hm, nur wenig Bomben, aber dafür viel Sprengkraft. Hier. Das kann man doch irgendwo her. Oder? Mhm. Täusche ich mich damit. Nee, tust du nicht. Nein. Hä? Der ist aber merkwürdig platziert. Nee, nee, ich geh nicht rein. Okay, daneben weiß zu schwarz. Hey, mein Kopf. Ja, zum Teil bist du da doch drin. So rein vom Programm her gesehen. Hey, mein Kopf. Ah, du Dreh. Ich mach dich platt. Ich mach dich platt. Warte, der darf das, der darf die, die Tretbomben nicht kriegen. Nicht, die Tretbomben. Äh, die Tretbomben treten darf er nicht kriegen. Wohl noch nicht. Weißt du nicht, was beim letzten Mal passiert ist? Das sind Tretbomben, ich kann sie nicht aktivieren. Ah, du Arschloch. Ups. Vorsicht. Äh. Verstehe ich nicht. Ich glaube, wir sollten beide keine Pyrotechniker werden. Ich sowieso nicht. Und jetzt achtmal drauf, wenn er eine Mine legt. Und sich dabei zwischen zwei seiner Hundehütten... Was? Du bist gestorben. Wieso bin ich gestorben? Hab ich eine Bombe gelegt? Keine Ahnung, jedenfalls bist du gestorben. Und du hast es gerade... Ja. Suicide! Nee, das war kein Suicide. Das war Suicide, eindeutig. Man bräuchte es so nötig, dass man so den Bomben da sehen kann von dem Sensor. Ich wüsste nicht, dass es sowas gibt. Irgendwie habe ich langsam gelernt, mich... Noch steiler. Hä? Wieso ist der Golden? Wir haben den doch schon geschafft. Hä? Was heißt Golden? Golden ist, glaube ich, nicht gemacht. Ja, dann machen wir halt nochmal da den... Ja, dann müssen wir sowieso zerstört Gegenstände sammeln, bevor wir... Ja, ja. Oder vielleicht ist Golden auch Boss quasi. Oh nein! Das war nicht meine Absicht. Ja, die sind eh bei mir drüben. Ich weiß ganz genau, ich lege irgendwo eine Bombe hin so dumm hin, dass sie bei mir sind. Du kennst mich. Mittlerweile, ja. Und der war ganz geschickt mit seinem Monotonen durch die Gegend gefliege... äh, mein Bombenhaus. Ah! Guck, guck, guck! Da ist einer! Wie viel halten die aus? Vier! Vier Schläge! Du wirst doch nicht Angst vor so einem läppischen, goldenen Ritter ohne Beine haben. Doch! Der kann mich ohne seine Beine zahm krampeln! Aber ist komisch, weil es irgendwie doch ein bisschen komisch klingt. Boah, wow, wow, Gamer! Wie in so eine Sprengkraft bei... Oh Gott! Hä? Ich hab ihn trotzdem erwischt! Ich glaube, der ist paranoid, der dreht sich die ganze Zeit um. Komisch, der will uns nicht. Boah, weißt du, wie gut wir gerade waren? Wir sind so gut, wir haben noch nicht mal ein einziges beschissenes Item bekommen. Wir haben ein Leben gekriegt, das beschwere dich nicht. Hier sind zwei, das heißt, wir müssen hier später nochmal hin, ne? Yey, yey. Yey. Oh, ja. Ich würde den einen jetzt nicht gleich befreien. Ja, ich gehe jetzt da runter und dann gehe ich da runter und dann ist da ein Gegner und dann zurückkicken. Ach, weißt du, was mir da gerade einfällt? Wir sollten langsam mal die erste Aufnahme beenden. Würde ich sagen, nach dem Level, oder? Wenn wir hier fertig sind. Man, unsere Zuschauer, die haben bestimmt ein bisschen... Ne, mir geht es eher darum, dass ich keine 40 Minuten Videos haben will oder sowas. Einfach nur, damit so eine gewisse Ordnung herrscht, weißt? Aha, aha. Ja, komm, ich kann keine 40 Minuten Videos hochladen, das dauert ewig. Können schon, aber ob du das doch wirklich willst? Hm. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich habe beim letzten Mal noch so drüber geredet, dass man die Viecher so einfach töten kann, wenn man ihr System kennt. Wenn? Ja. Na, wenigstens ist er jetzt gestorben. Ah, 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 ah. Streck mich rein, ah, ich laufe, ich laufe. Oh, Seine. Laufen am Flur, verbotene. Hast mich grad wieder an deinen Schreiber im letzten Mal erinnert, wo die Zwei auf dich zugelaufen sind. Der Schrei war episch! Ich bin ja gar nicht nur so lang... lang... umdreht.... Ich halt meine Klappe, ich weiß nicht was ich sagen will. Ich kommentiere das einfach nie punkt aus. Achja. So, ich hoffe dass ich mal wieder ein Bomben-legeitem finde... Also... Ich hoffe, ich töte ihn gleich mit einem Schlag. Nein, du ich nicht. Warum? Weil wir kein Bomben-Belege-Item haben. Ich habe keine Bombe. Stimmt. Goldner Ritter. Hoffentlich erwischt er dich, aber... Sagt er ja und wird angesteuert. Ach so, machst du das? Jetzt checke ich das. Ja, geht doch, oder? Lockfogel-Taktik. Die halten so viel aus, die... Mit einer dummen Taktik und dann kommt er doch damit durch. Ich finde die Schrei, fast so überragend. Äh, ja. Ja, die Nachschmerzen, weil sie klingt in die Mauer. Okay, okay, warte. Eins, zwei oder drei. Ob du richtig willst oder nicht, zeig dir gleich das Licht. Während wir vor schwarzen Teleportern stehen, sagt er, was soll Licht? Mmm. Nein! Äh, nein! Jetzt dachte ich mir schon, du freust dich? Halt, 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 halt! Oh Gott. Hä? ja kommt doch wieder dazu mensch gleich mal bomben treten finden und einsammeln wenn möglich ja ich habe mich geopfert damit wir den schadenspunkt machen jetzt müssen wir noch töten nein ja ja vorsicht da ist eine bombe drunter ok warte mal da kann ich durch ich heule nicht mein gott gott er sich an die gegner das ist eine kerze ich habe wie die glotz ach ja die flammen können wieder angehen die bleibt nicht weg ja und deswegen geht der total ab was das kommt jetzt im video sicher saugeil im video ist es ja dann wie man kommt hätte sich nicht mehr an das andere mal wurde vorgekommen ist das video es kommt mir bekannt vor warte mal kurz wenn man mal die aufnahme hier würde ich sagen gott ich habe schüler verbringt ja leute wir sehen uns gleich wieder ich muss nur einen schnitt machen ja bis gleich tschau tschau